Hi! Hi! Was kann ich für dich tun? Ich möchte dir ein Tattoo machen. Aber was denn? Hier, 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 hier und hier, so. Äh... Hast du eine Idee? Nee, ich weiß ja nicht, was dir gefällt. Was passt denn zu mir? Ich kenn dich ja nicht. Du bist vor 10 Sekunden in meinen Laden reingekommen und ich hab... Ich weiß es nicht. Wenn du mich jetzt so anschaust... Was passt denn zu mir? Ja, wie soll ich das beantworten? Da bringt mir meine Erfahrung nichts. Ich kenn dich nicht. Na, versuch doch mal wenigstens. Okay. Nee, ich versuch mal. Ich versuch mal. Ich sehe einen Gorilla. Ich sehe einen Gorilla auf einem Seil, der ein Rad fährt. Und eine Trompete spielt. Hm. Nicht gut? Leute, ihr müsst euch die Grundideen selbst überlegen. Wir kennen euch nicht. Jeder, der euch erzählt, du brauchst das und das in deiner Erfahrung nach, labert scheiße. Sehr unprofessional. Okay. 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 Okay.